Grüß euch miteinander, ich bin Valentina Reiser, ich bin 13 Jahre alt und komme aus Thun. Ich spiele sehr intensiv Tennis und bin bei der Kunst- und Sportklasse Thun. Trenieren und nehme ich ins Heimberg in der Tennis-Academy. Letztes Jahr, in 2013, bin ich Schweidermeisterin geworden im Einzel- und Doppel, und auch international habe ich schon ein bisschen Fuss fassen können. Mein grosser Ziel ist auch Tennis-Profi zu werden, aber um das Ziel zu verwirklichen, muss ich auch dieses Jahr 10-13 internationale Turniere spielen und ist mit grossen Kosten verbunden. Es würde mich sehr freuen, wenn ihr mich bei diesen Flug- und Reisenkosten finanziell unterstützen würdet. Merci, Ilma.